Hi und herzlich willkommen zu SnarkTV. Hier ist wieder euer DK und ich möchte euch mal ein kostenloses, also für die private Nutzung ein kostenloses Programm vorstellen, was ich schon seit zig Jahren benutze, um meine Digicam Fotos, die ich so gemacht habe, nachzubearbeiten. Ich bin der Meinung, man muss, wenn man leichte Bildnachbearbeitung haben möchte, nicht gleich jetzt Pencher Pro oder so ein Kram oder GIMP benutzen. Ich benutze einmal Xenview für, der ist wie gesagt für die private Benutzung kostenlos, den könnt ihr euch auf xenview.com runterladen. Den gibt es für ganz, ganz viele Plattformen, Windows, Linux, Solaris, also den gibt es sogar für Windows Mobile, für die PDAs, die alten. Den gibt es echt für alle möglichen Plattformen und der ist ziemlich cool. Und ich möchte euch heute mal zeigen, wie man zum Beispiel so diesige Fotos, wenn man jetzt hohe Zoomwerte hat, so richtig heftig rangezoomt hat und das Wetter war so ein bisschen diesig, wie es ja meistens immer ist, wie man das ganz einfach zum Beispiel mit Xenview weg berechnen kann. Ich habe da mal von so einem Kirchturm in München aus ein bisschen mit meinem Zoom rumgespielt. Ihr seht hier hinten dieses gelbe Gebäude, das habe ich da mal rangezoomt. Ich habe eine Nikon P100 genommen, das ist jetzt mit Sicherheit keine Profikamera, die hat aber einen optischen Bildstabilisator und 26-fach optischen Zoom. Also da kann man schon noch aus der Hand, wenn das Licht stimmt, richtig schön rangezoomen an Sachen. Aber wie es halt sehr oft der Fall ist, man sieht, ich hoffe ihr könnt das gut erkennen, das ganze Bild hat so einen leichten Weißstich. Das liegt jetzt nicht daran, dass die Kamera zu doof ist, einen Weißabgleich zu machen. Das liegt daran, dass in der Luft einfach Staubpartikel und Feuchtigkeit und alles mögliche rumfliegt. Und wenn ich dann einfach Objekte ranzoome, die ganz weit weg sind, man sieht es auch hier im Hintergrund, dann wird das so richtig diesig. Das Bild bekommt so einen Weißstich, der Kontrast geht dadurch flöten und da kann man ganz einfach was dran machen. Und zwar mit der Schwarz- und Weiß-Werteinstellung kann man die Tonwerte ändern. Das kann man machen unter Bild und einstellen, nein, Farbänderung. Na, wo war es? Jetzt finde ich es selber nicht. Hier, Schwarz-Weiß-Punkt. Bild, einstellen, Schwarz-Weiß-Punkt. Kann man das Schwarz-Weiß-Spektrum ändern oder ihr könnt auch die Taste L drücken. Ich gehe einfach mal in den Vollbildmodus, dann sehe ich ein bisschen mehr. Drücke einfach mal auf die Taste L auf dem Keyboard und sofort geht das Ding auf. Hier unten habe ich so eine kleine Veranschaulichung, wo Schwarz- und Weiß-Werte vorliegen. Hier ist zum Beispiel ein leerer Bereich. Wenn euer Rechner schnell genug ist, macht man das Häkchen hier an. Dann wird alles, was ihr hier einstellt, sofort aus Bild angewendet. Und ihr seht sofort in einem Originalbild, was ihr hier einstellt. Falls ihr Mist macht, was immer passieren kann, einfach unter Bearbeiten rückgängig, den letzten Schritt rückgängig machen und alles ist wieder gut. So, was ich jetzt mache, ich schiebe den Schwarz-Punkt und den Weiß-Punkt ein bisschen mehr zueinander. Das sollte man natürlich nicht übertreiben, sonst kriegt man richtig unnatürliche Ergebnisse, richtig unnatürliche Bilder. Was natürlich, wenn man sich jetzt künstlerisch betätigen will, auch seinen Reiz hat. Aber wenn man so halbwegs realistisch bleiben möchte, dann sollte man das nicht übertreiben. Ihr seht, ich schiebe den Schwarz-Punkt jetzt mehr ran, hier wo die Schwarz-Werte anfangen. Jetzt wird das ganze Bild, der Kontrast wird richtig gut. Und dieses Diesige ist auch schon weg hier. Aber das Bild wird ein bisschen zu dunkel. Deswegen schiebe ich jetzt den Weiß-Punkt noch ein bisschen hier ran. Und jetzt habe ich doch richtig knackige Farben und dieses ganze Diesige hier im Hintergrund ist weggegangen. Drück mal wieder auf F11, um aus dem Vollbildmodus rauszukommen. Wenn ich jetzt nochmal unter Bild, Farbänderung und Kontrast automatisch einstellen und Helligkeit automatisch einstellen gehe, dann holt er mir ja nochmal ein bisschen was aus dem Bild raus, falls der Kontrast noch nicht ganz passt. Und das ist ja wohl schon mal ein Unterschied zu vorher, oder? Also das ist doch schon mal ein gutes Bild. Ich habe auch noch ein Bild in München gemacht, wo das noch viel schlimmer ist, also so richtig gut zu erkennen ist. Und zwar ist das dieses Bild. Das habe ich auch sehr heftig ran gesumt. Und ihr seht ja richtig bei diesem Abbruchhaus, das ist so richtig farblos. Und auch das Hochhaus hier, das ist so richtig, hat alles einen Weißstich. Das ganze Bild hat einen Weißstich. Und das gucken wir uns auch nochmal an mit der Schwarzwerteinstellung. Ihr seht hier diesen riesen leeren Bereich, den schiebe ich jetzt mal wieder komplett hier rein. Und da seht ihr auch gleich, was da im Bild abgeht. Den Weißpunkt, wie gesagt, ist es natürlich nicht 100% natürlich, was man hier mit der Nachbearbeitung macht. Aber das Bild sieht einfach besser aus. Und jetzt guckt euch mal das Bild an. Und ich gehe jetzt mal auf Bearbeiten rückgängig. Und dann schaut euch mal an, wie das Bild vorher war. Na ja, man sieht sofort einen ganzen weißen Schleier über das ganze Bild, den wir einfach mal innerhalb von ein paar Sekunden wegretuschiert haben. Und das, denke ich mal, ist doch schon mal eine coole Sache. Ansonsten mit XNView, wenn ihr einen Doppelklick drauf macht auf das Bild, kommt ihr in einen richtig schnellen Bildbrowser rein, um eure Bilder durchzugucken. Der spielt sogar auf Videos ab. Wie gesagt, für die private Nutzung kostenlos. Man kann auch noch eine Menge andere Filter anwenden. Vielleicht mache ich da nochmal ein paar Tutorials drüber. Man kann Texte einfügen in die Bilder. Also ich finde, man muss nicht gleich Photoshop oder irgendwas benutzen, um einfache Sachen an seinen Bildern zu ändern oder zu optimieren. Probiert das Ding einfach mal aus. Und viel Spaß damit. Euer DK von Snug.